Vor einigen Wochen brachten starke Regenfälle Hochwasser ins Südburgenland und richteten großen Schäden an. Viele Sportplätze wurden beschädigt und zum Teil komplett zerstört. Als Soforthilfe zahlte der ASFÖ 31.000 Euro an verschiedene Vereine. Um den Vereinen noch schneller und effizienter helfen zu können. Wurde ein Spendenkonto für einen Hilfsfonds eingerichtet, erklärt uns ASFÖ-Bürgenland-Präsident Robert Zivkowitsch. Ja, wir sehen, dass Vereine, die von Unwetter betroffen sind, oft einen sehr großen Schaden haben, den sie ganz einfach nie in einem Budget kalkulieren können, der plötzlich auf sie hereinbricht. Und bei diesen Schäden, die sehr massiv sein können, ich verweise nur auf den Tennisvereinen in Wiesfleck zum Beispiel, wo die komplette Anlage zerstört wurde, da ist es ganz wichtig, dass man diesen Vereinen sehr schnell hilft. Wir haben als ASFÖ sofort eine Förderung von 31.000 Euro für die 13 hauptbetroffenen Vereine beschlossen, aber diese Beträge sind zu gering, um jetzt die Schäden auch zu beheben oder auch zu finanzieren, die Reparaturen und die aktuellen Neuerrichtungen. Aus dem Grund haben wir jetzt einen Fonds ins Leben gerufen, wo Privatpersonen, Vereine, Firmen steuerbegünstigt spenden können und wir garantieren, dass jeder eingezahlte Euro in diesem Fonds an betroffene Vereine ausgezahlt wird. Die Hoffnung ist groß, dass Sportliebhaber spenden. Ja, ich hoffe, man kann nur bitten, dass jemand das unterstützt. Ich selber persönlich habe schon gespendet, aber dass auch andere spenden. Wie gesagt, wir garantieren die Transparenz, das heißt, wir werden die Einzahler, wenn sie es wünschen, online stellen, beziehungsweise wenn sie es nicht wünschen, werden wir es unter anonym eintragen und wir werden auch nachweisen, welcher Verein welchen Betrag aus diesem Fonds bekommt. Für uns ist es wichtig, diese Transparenz zu haben und wir werden auch, wie gesagt, garantiert keinen Cent und keinen Euro für den ASV oder für administrative Arbeiten verlangen, sondern jeder eingezahlte Euro geht an die Vereine. Der Vorteil ist sogar ein anderer. Wenn Sie heute einem Verein eine Unterstützung geben, schaut sofort die Finanz, ob da eine Werbewirkung oder etwas ist, zum Beispiel bei Unternehmern oder auch bei Privatpersonen, ich kann es nicht abschreiben. Wenn diese Bezahlung in den Fonds erfolgt, dann ist es abschreibbar. Wenn ich zum Beispiel 100 Euro einzahle und 30 Euro von der Steuer zurückbekomme, bekommt der Verein trotzdem die 100 Euro und nicht die 70. Das Geld soll den Mitgliedsvereinen des Dachverbandes ASV-Bürgenland zugutekommen. Ja, wir in dieser Stufe sind es für ASV-Vereine, aber zwei Drittel der Fußballvereine, zwei Drittel der Tennisvereine, sogar mehr als zwei Drittel der Pferdesportvereine und so weiter sind beim ASV, es ist wieder ein großer Bereich abgedeckt damit. Wir können im Moment noch nicht abschätzen, welche Summen wir erwarten können. Wir hoffen auf höhere Summen, aber der Fonds bleibt bestehen, weil wir müssen damit leider rechnen, dass das nächste Unwetter wiederkommt. Die Schäden können die Vereine online beim ASV-Bürgenland anmelden. Ja, wir haben da eine Online-Plattform, das kennen unsere Vereine. Dort suchen sie an. Wir bekommen dieses Ansuchen in unser Büro. Wir werden den Schaden besichtigen vor Ort. Es wird ein Funktionär des ASV oder eine Funktionärin vor Ort sein, die sich das Ganze anschaut. Wir wollen die unterstützen, die einen hohen Finanzbedarf haben und nicht nur die, die die schönsten Ansuchen schreiben. Aus dem Grund ist es mir wichtig, dass wir das sehr transparent, sehr rasch, sehr schnell machen können. Und mit Geldern aus diesem Fonds sind wir noch flexibler als mit Mitteln aus der Bundessportförderung. Den gesetzlichen Rahmen erklärt uns Vizepräsident Mag. Werner Dax. Ja, vielleicht wenn ich das ganz kurz sagen darf. Wir haben mit Betroffenheit das letzte Mal gesehen, was da wirklich passiert ist. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man die Bilder sieht. Und wir haben gesagt, man muss irgendetwas unternehmen, um die Vereine, zu unterstützen. Und der Präsident hat vorgeschlagen, einen Fonds einzurichten, wo man eines auch schaffen soll, wenn man spendet, dass man eine Spendenabsetzmöglichkeit hat. Und im Hinblick darauf haben wir dann auch die Statuten geändert. Das heißt, wir sind in dem Sinne eine spendenbegünstigte Organisation. Das heißt, wenn wir oder wenn man diese Idee, diesen Fonds unterstützen möchte, hat man die Möglichkeit, das, was man hier einzahlt, auch steuerlich geltend zu machen. Steuerlich begünstigen kann man Firmen, das wissen wir schon. Wie ist es mit den privaten Personen? Ja, auch Privatpersonen können das im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung geltend machen und ausnutzen. Wie man am besten spendet, um die Spende steuerlich absetzen zu können, erklärt uns der Kassierstellvertreter Christian Frank. Ja genau, vielen Dank. Ja, Sie wissen, die dramatischen Ereignisse in Südburgland haben uns dazu veranlasst, hier schnell zu handeln. Wir haben diesen Fonds jetzt gegründet. Er ist mit dem heutigen Tag, mit der jetzigen Stunde dann aktiv. Wegen der Spendenabsetzbarkeit ist es so, es können Firmen und auch Privatpersonen bitte daran teilnehmen. Ja, die Spenden sind zu 100 Prozent absetzbar für das Finanzamt. Sie müssen nur auf diesem Zahlungsbeleg bei der Zahlungsreferenz ihren Namen und ihre Sozialversichtungsnummer bitte angeben. Ja, dann wird das Finanzamt automatisch verständigt und sie können diese Spende, wie immer, oder wie hoch, oder der Betrag wird dann eben dementsprechend berücksichtigt. Automatisch. Und wer bekommt dann Geld? Geld bekommen die Mitgliedsvereine. Die Schäden, glaube ich, haben jetzt hinsichtlich der extremen Schäden. Da gibt es wirklich total Schaden. Es gibt kleinere, mittlere Schäden, ja. Und wir haben die Beträge zwischen 1.000 und 10.000 Euro gestaffelt. Es wurde von uns begutachtet, festgestellt, dokumentiert, fotografiert und jetzt helfen wir schnell. Wird er dann von weiter bestehen oder bleibt er nur auf die jetzige Schaden? Ja, selbstverständlich. Dieser Fonds wird jetzt dauerhaft eingerichtet, ja. Und leider beim nächsten Schaden, wenn wieder Unwetter passieren oder andere Dinge passieren, werden wir sofort und schnell helfen. Wer sofort hilft, der hilft schnell. Und der ASFÖ, wie ich weiß, macht da ziemlich alles transparent. Das heißt, wird das auch gezeigt, wer hat was bekommen? Genau. Also es wird dokumentiert mit Fotos. Es wird da beschrieben, wie hoch der Schaden ist und wie hoch unsere Zuwendung ist, den Schaden eben zu begrenzen, ja. Darüber hinaus sind auch andere Dinge im Gespräch. Das wird dann etwas später bekannt gegeben. Sag ich danke für den Denken. Neben dem neu eingerichteten Fonds Hilfe für Vereine wurde auch die Bauverordnung neu eingerichtet. Naja, Bauförderung heißt, dass geplante Infrastrukturmaßnahmen, Errichtungen von Gebäuden, von Kabinenanlagen, Plätze, auch Sanierungen, Großinvestitionen in Sportanlagen, von Flutlicht beginnend über Beregnungsanlagen, dass die auch von uns finanziell unterstützt werden. Der ASFÖ hat jetzt vor einer Woche einen Betrag von 118.000 Euro für heuer beschlossen. Aber das ist keine außergewöhnliche Investition, sondern das sind die geplanten Investitionen, wo dann gemeinsam mit Unterstützungen vom Land, von der Gemeinde, eventuell von den Fachverbänden oder auch vom ASVÖ Baumaßnahmen finanziert werden, die die Vereine dann mit meistens sehr hohen Eigenleistungen umsetzen. Wenn er welche Vereine Bauförderung benötigt, wie soll er vorgehen? Ja, so wie bei allen Förderungen. Wir haben ja viele Arten von Förderungen. Wir haben von der Grundförderung, wir unterstützen Teilnahmen an Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, an österreichischen Staatsmeisterschaften. Wir unterstützen die Durchführung von hochwertigen Turnieren und verschiedene andere Sachen, die vorgangsweise bei all diesen Förderungen ist, über unsere Online-Plattform Förderansuchen zu stellen. Die Förderansuchen werden bei uns geprüft, angeschaut, bewertet und dann gibt es einen Beschluss seitens des Vorstandes, in welcher Höhe gefördert wird.